ihr werdet beil auf den Sack wie ich sagte es schon ist immer noch in der Höhle ja die Rechthin sind sehr langsam ich weiß aber nicht zurückgekommen draußen er ist draußen okay es hat er jetzt vor was macht er jetzt doof ist der Steffon ein geblieben ist mein Gott jetzt können ihm was passieren Unfall okay oben klingelt es im Haus da bin ich ja mal gespannt was da jetzt so passiert okay klingelt es bei mir ich glaube bei mir hat da noch geklingelt ich muss ja noch die Tür aufmachen und da kommt der Marvin ich bin mal gespannt was der da jetzt eigentlich gemacht hat ja das Haus geht mir der Max hat doch auch noch einzigen ach so das ist Stefans Haus ja das ist mein Haus das hier rausgekommen war auf der Insel oder was ja es hat jetzt der Marvin gemacht ich weiß dass ich denke als ich komme dass er genau auf meine Handfresser waren irgendwas abgewortert ich habe aber ich glaube ich wollte mich irgendwie trauen aber wie viel für dich gewollt sich einsperren also jetzt ist das Logischte Anna hat Anna hat meine Fakke geklaut und in dem Moment kam ich wieder ach so er hat noch meine Fakke geklaut okay was willst du Marvin wenn du das hier siehst ich werde mich rächen bitte was? ja ich weiß dass du da warst du kleiner Wichser ich hatte dich doch genau gesehen ja du wolltest mich wahrscheinlich irgendwie treuen oder? kannst du einfach zu Marvin moh ey ja da bist du doch hey wo unten bitte ich bin doch gar nicht klar ist hier irgendwas in der unterm Ding oder was? wo ist der hin? wo ist der lol der ist weg what the fuck Marvin ich weiß ganz genau dass du hier warst ich war doch nicht mal da was willst du von mir? ey wir werden beide auf die Frise kriegen ich sag's jetzt schon mal ihr kleinen Wichser ey kleiner mieser Penner ey ich hab dir auch nichts getan was willst du nicht von mir? ja du wolltest mir aber irgendwas antun oder nicht? also wieso warst du sonst hier? hä weißt du was dann meint Lukas? mhm warum? ja gar nicht steff mal nur hoch komm mal runter ja ist schon klar ich bin nur aggressiv ey was hast du hier schon für ein Problem? weil du kleiner Wichser ja so bist du schon einmal fertig mit dem Neverportal oder? ich mein dich ins Never gehen und ein paar Luren klatschen aus dem Wichser aus dem Wichser aus dem Wichser ja ja als wir weiter aus dem Wichser naja ok ob du zwingst in falschen Song stehen ich hab schon 13 Level gemacht in der kurzen Zeit ich hab schon 13 Level gemacht in der kurzen Zeit das ist ja nicht cool ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung komm mal komm davon äh Happy Builds Shrx and Fidget ach so das willst du als Plan weißt du Marvin bei deinem Super PC äh bei Lukas kann ich ja verstehen da weil er nur Laptor oder so was so was nicht spielen kann aber bei deinem Super PC auch noch besser als meiner aber musst du schon ein bisschen was anspruchsvolles bieten als sowas ne ach ja 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 was hast du denn nicht für Halluzinationen ich war bei dir ich hab hier volles Megel überhaupt das ist echt unglaublich Stefan ey ja voll die Halluzination ne was machst du Stefan musst du vier Ausgänge was ist denn los mit dir hin ja ich wollte mir halt hier einfach vier Ausgänge machen weil irgendwie cool und so naja damit man von überall reinkommen kann aha also ladest du paar Einbrecher zu dir ein mehr oder weniger was einbrechen muss ich einbrechen ne ja das war schöne Marvin Stichworte oder was boah äh so zack jetzt hast du angefangen bring's zu Ende na machen ne 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 ok achso da hab ich irgendwas gesagt und ich weiß nicht mehr was das war äh hier mach ich mich glaub ich schon langsam Never bereit gleich geht's los echt? ja ich geh gleich in den Never das wär echt hammer cool freu mich schon richtig drauf erstmal ein paar Luren und kannst du das irgendwie freisetzen oder ne ach wegen dem Wasser das bringt das auch gar nichts wegen dem Kessel Wassertun und dann hat man halt im Never eine unendliche Wasserquelle das wär halt eigentlich ganz cool aber im Grunde bringt's ja dann eigentlich gar nichts wenn man sie irgendwie nicht freisetzen kann ich weiß nicht wie man das irgendwie machen könnte aber vielleicht geht's irgendwie bringt das irgendwas kannst du auch so ne kleine Cobblestone Basis bauen na stimmt alles klar dann geh ich mal direkt in den Never Moment ich hab was vergessen aber wo Cobblestone? ich hab Cobblestone vergessen ich hab's wenn ich auf dem Weg bin ich hab's denn ich hab's denn euch auch dann ein bisschen zu bauen ich hab's denn ich hab's denn da nicht in die Höhepern ich hätte gewonnen ja es sind das ist das ist es ist und wo ist das dann nicht schon eigentlich ganz flüssig zu laufen Stefan Drunk in Love, Try to Zoom in Love ja das wäre ich premium wie das jetzt passiert wäre und es ist zumindest gut ich stelle naja wir sind so eine Art Höhle also muss ich mich noch ein bisschen umgucken ich glaube es ist never ja ich habe direkt schon mal ein bisschen Quarz gefunden da kann man hier schöne Säulen bauen oder irgendwie sowas und ja mal gucken ob ich dann noch die Burg finde das wäre jedenfalls richtig cool bei Max bei Max in seinem Haus was war das? ach genau hier wo ich wollte den Wivers spawnen lassen hier müssen wir ganz weit von uns weg spawnen lassen ja das wäre besser so man kann den irgendwie zubauen mit Obsidian oder fast mal ja ok farben wir dann mal so ein Haus Obsidian ja dauert überhaupt nicht lange ne ja ich verstehe das Problem nicht naja gut jedenfalls bräuchten wir aber so drei Köpfe von den Wivers an um die überhaupt diese Wivers spawnen lassen zu können von diesen Wivers ach so ja das könnten wir eventuell machen einfach so über die Welt so mal schauen ob ich jetzt ne neverburg finde das wäre halt eigentlich ganz praktisch mal gucken so wie kommt man hier raus wo meinst du raus? naja gut jedenfalls hier bis jetzt habe ich noch keine Burg gefunden hier irgendwie ganze Scheiß Ghosts oh da ist Magma Schlamm da gehe ich mal direkt hin und wir schauen vielleicht gleich an hier so ein Magma Dingens ist ja ganz cool die meisten Magma Keeps sieht man sowieso nicht weil die einfach durch äh ähm durch Lava durch springen also ja stimmt das ist echt ein bisschen blöd ja halt es sind schon es spawnen schon die aber die meisten sind einfach mitten in der Lava drin das heißt du siehst die nie ach so naja schon mal dass ich eventuell mal den okay aber ich komme hier irgendwie grad nicht weiter wie geht's hier wieder raus ey what the fuck vielleicht finde ich da auf der anderen Seite ja auch die Burg oder so wäre auf jeden Fall cool oh Gott hier ist so ein Ghast Teil ja stimmt da bin ich vorbeigelaufen den habe ich auch die ganze Zeit ich war irgendwo fett runtergefallen und ich weiß nicht mehr wo ich bin naja ist natürlich ärgerlich so Magma Schleim verreck Deiner Wexer hoffentlich kriege ich einen Scheiß in dem Scheiß Magma Creme das war auf jeden Fall ziemlich praktisch für ein paar Feuer Riesi Tränke oder so warte mal Moment das habe ich glaube ich auch später gesagt dann gleich fragt nämlich der Lukas wofür man die überhaupt braucht die Magma Creme aber Magma Creme braucht man noch fast gar nichts doch eben man kann ja die zur Verzauberung nutzen das ist die Tränke glaube ich ja zur Verzauberung und da kann man als Beispiel Magma äh Feuer Riesi Tränke bauen und das ist ganz gut im Karten gelohnt oder sowas das ist so nicht so kompliziert naja die sind schon ziemlich stark die Lohmphan denn wenn er mal mit dir auch schwer gemacht hat das ist natürlich noch mal ziemlich ärgerlich ich finde gerade diese diese blöde Burg nicht die hier muss da irgendwo eine sein aber ich finde er wieder keines zum Kotzen ich habe hier ein bisschen Quatsch damit ob die schon mal die bisschen Dostmann aufbauen können ja ich hole mir erst später ein bisschen Glowstone kannst du mir zwei Glowstones mitbringen ich suche nämlich erst mal die Burg ich brauche auf jeden Fall erstmal Neverwatson und Bluenstäbe bei Glowstones brauchen natürlich auch aber ich schaue ich dann später mal oh da unten sieht ziemlich interessant aus vielleicht bin ich da ein Weg zu einer Burg oder so ich bin mir nicht ganz sicher oh hier ist ganz schön viel Feuer ich habe auf jeden Fall hammergeil aus mit diesem Texture Pack oh ok hier komme ich wieder zurück ich glaube ich gehe jetzt mal zurück und versuche diesen anderen Weg ich gehe jetzt mal zurück ich gehe jetzt mal zurück